Sie finden Österreichs Fußball zum Lachen? Dann schauen Sie sich das an. Ohne sich auch nur ein Blatt vor den Mund zu nehmen, ist Immer Wieder Österreich ein nahtlos, kuriles Lustspiel, das als Fußballgeschichte beginnt und in einem Intrigen, Neid und Missgunstgemetzel endet. Immer Wieder Österreich, das neue Programm des Kabarettschaftsbundes. Ab 6. März im Café Stockwerk am Grazer Jakominiplatz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017